Auch wenn sie nicht wirklich appetitlich und nett aussehen, sollte man Tausendfüßer oder sogenannte Silberfische niemals töten. Sie halten andere Insekten fern, die unserer Gesundheit wirklich schaden könnten. Wer sich also etwas überwindet und die Insekten leben lässt, hat ein reineres Zuhause, als er zunächst glauben mag. Experten raten dazu, die Insekten, wenn überhaupt, in der freien Natur auszusetzen.